So, Hallöchen Leute. Durch eure Wünsche wurde Harry Potter auf wundersame Weise wiederbelebt. Und jetzt gehen wir wieder über die Feuerbrücke des Schreckens. Okay. Wurde wieder getroffen, aber gut. Die erste Plattform bewegt sich ein bisschen nach oben. Die zweite Tür. Hier hört sich... Ein Tank! Die können wir brauchen. Warum habe ich das nicht im letzten Part gesehen? So ein Scheiß. Wir hätten uns viel Ärger ersparen können. Dumm, 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 dumm. Wo hat Harry eigentlich die ganzen Zutaten aufbewahrt? Wahrscheinlich genau an dem Ort, wo er auch seine Bohnen aufbewahrt. Trink Harry... Cola... So. Wieder volle Lebensenergie. In dieser Tür ist die dunkle Halle. Und was noch viel wichtiger ist. Woher wissen wir das? Wir waren doch noch nie in der Kammer. Ähm... Ein Ritter. Okay. Hallo, Ritter. Oh. Du bist so langsam. Okay, okay. Du bist doch nicht langsam. Wow. Bleib mir weg mit deinem Morgenstern. Stirb. Stirb. Wow. Naja. Aber sonst hast du eigentlich nichts drauf. Und stirb. Wow. Ein Millimeter daneben und wir wären zerquetscht worden. So eine geile Scheiße. Ja, was sollen wir damit? Hm? Ja, äh... Aha. Gegen die Wand? Und ein Felsen geht durch. Praktisch. Gehen wir mal da. Rein. In das Loch. Wer die Milius? Und weiter geht's. Reißen. Zerfetzen. Töten. Boah, Alter. Respekt an den Synchronisator. Der... Den Basilisten. Sprich, da hört sich ja echt krank an. Oh. Äh... Hallo, Ritter. Du willst mich bestimmt mit dem großen Schwert da enthaupten. Aber nee. Lassen wir mal. Wir drücken aufs Knöpfchen. Ja. So. Wir müssen... Haha. Hier ist das aber. Wir müssen schnell aufs Knöpfchen. Und hochklettern. So. Äh... Und werden von Rittern begrüßt. Dein Gruß brauche ich nicht. Stirb. Wir sammeln noch fleißig Hauspunkte. Obwohl es hier keinen Lehrer gibt, der uns Hauspunkte geben könnte. Egal. Was ist erschienen? Ah, da. Die Plattform. Okay. Rüber, Harry. Okay. Geschafft. Und? Wer die Milius? Wer die Milius? Weiter geht's. Ich fühle mich irgendwie wie Indiana Jones. In so einer Gruft hier. Ach ja. Wow. Au. Ein bisschen eng ist es ja hier schon. Ne, aber so Indiana Jones Musik laufen lassen. Das wäre doch cool. So. Die Rüstung besiegen wir auch. Weil wir wollen ja Hauspunkte. Dazu musst du runtergehen. Ach, doch nicht so weit runter, Harry. Stell dich jetzt nicht so an. Mann. Harry. Komm. Das Spiel ist nicht mehr lange. Du brauchst jetzt nicht rumzuspacken. Hoch mit dir. Ja, super. Jetzt kriegen wir einen auf den Semmel. Und wir haben irgendwie noch mal einen auf den Semmel bekommen. Ja, äh, super. Es gab keinen Speicherpunkt. Was bedeutet das? Wenn wir sterben, dann können wir all den Shit hier noch mal machen. Und aus dem ganzen Kessel, da kriegen wir nur eine Flasche. Scheiße. Komm zu mir. Vergessene Kerker. Letztes Level hier. Oh, scheiße. Bleib mir weg. Bleib mir bloß weg. Heilung kriegen wir auch nicht. Mal. Was fehlt ich hier plötzlich am Schluss? Okay. Die Ratte ist ausgeschaltet. Verreckschnecke. 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 So. Schokofrosch gibt's hier nicht? Nein. Hm. Welcher Felsen passt hier genau in die Öffnung rein? Ne. Du siehst zu groß aus. Du siehst eigentlich gut aus. Du könntest passen. Und fallen lassen. Perfekt. Och nein. Nicht die Trolle. Was machen die hier? Die kriegen doch hier nichts zu essen. Ja. Scheiße. Okay. Au. Welch Winde. Ja. Ich bin auch nicht freiwillig hier. Hä? Wie soll man denn hier durchkommen? Weg hier. Hä? Ich muss wahrscheinlich dem oben folgen. Genau. Ja komm, verschwinde. Scheiß Troll. Denkst du, die sehen mich hier nicht? Wetten, dass sie mich hier sehen? Ich kann nix sehen. Felsen. Hä? Wie soll man da durchkommen? Kann mir das jemand erklären? Wo ist hier ein Zauber drauf? Interessiert den nicht. Ich geh mal hier lang. Und dann versuche ich einfach ganz schnell hier durch. Nö. Äh, Leute. Wie komme ich hier durch? Ha, 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 ha. Sehr witzig. Ja, nee. Ich hab keine Ahnung, wie ich hier durchkomme. Muss ich warten? Weil jetzt gehen die hier. Alter, da ist kein toter Winkel. Was, wenn ich hier hingehe? So ganz. Hier sehen die mich doch auch. Oder? anscheinend sehen die mich nicht. Leute, ich kann nicht timen, wenn ich meine Kamera dort in diesem Scheißloch nicht drehen kann. Boah, was haben die sich hier entwickelt? Da habe ich gedacht, ey. Könnte ich auch wieder welche wir kloppen. Nein, nicht drehen. Sche... Lass meine Kamera in Ruhe, du scheiß Spiel. Leute, wie soll man das hier machen? Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Da ist überhaupt keine Lücke in deren Verteidigung hier. Und hier bin ich auch schutzlos ausgeliefert. Oder? Achso, langsam sollte der Troll doch vorbei sein. Da... Ich habe echt keine Ahnung, wie das hier gehen soll. Ich kann mich nirgendwo verstecken, weil dann die Scheißkamera rumspielt. Muss ich beobachten, wie die hier rumlaufen. Vielleicht muss ich warten. Was soll dieser Fuck? Okay. So, jetzt kommt der andere zurück. Okay. Flurig, muss man wirklich nur ein bisschen warten, weil jetzt gehen wir da rum. Der kommt... Ne, da passt doch nicht. Vielleicht noch eine Runde warten, aber... Was zur Hölle? Ich habe echt keine Ahnung, wie das hier gehen soll. Passt das jetzt? Ja, haha, jetzt passt es. Alter, was sind das für Hurensöhne. What the... Das ist jetzt ein Scherz, oder? Ich komme da endlich durch die Kacke durch. Und dann ist da der andere Tupi. Ne, Leute, das ist doch Verarsche. So echt Verarsche hier. Ich mache jetzt einen Schnitt und währenddessen warte ich auf diese Mongos, bis sie endlich hier Platz machen. Bräne. Bräne.